Mit wie vielen Typen muss ich dann ins Bett gehen, bis ich den richtigen finde? Ich hab das Gefühl, alle machen was aus ihrem Leben. Bloß ich nicht. Donald, kann nicht mein einziger Ex sein, der mit der Zeit cooler geworden ist? Donald! Auf der Suche nach dem perfekten Ex. Ich hab mich gerade selbst ausgesperrt. Kann ich kurz telefonieren? Hilft nur noch ein Mann, der weiß, was Männer wollen. Ich soll die Tatsache, dass ich eine Frau zum Heiraten bin, durch megamäßigen Sex verschleiern? Ja, wie gut kannst du blasen. Chris Evans und Anna Faris. Der perfekte Ex. Nächsten Samstag, 20.15 Uhr. ProSieben. ProSieben.